Ich sehe es als meine ethische und moralische Verpflichtung, als Gemeinde- und Schulärztin sowie als Mutter von drei minderjährigen Kindern, mich hier zur Einführung der mRNA-Impfung gegen SARS-CoV-2 bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren zu äußern. Ich möchte, dass alle Eltern sich ausreichend informieren. Es muss allen Eltern bewusst sein, dass es sich bei dieser Impfung um einen Impfstoff in einer Testphase handelt. Der Impfstoff befindet sich derzeit in einer Phase 3 klinischer Studien und wurde an nur wenigen Probanden des Kollektives der Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren angewendet. Dementsprechend gering sind unsere Erfahrungswerte. Aufgrund fehlender Langzeitbeobachtungen ist es derzeit auch nicht möglich, wissenschaftlich fundierte Aussagen bezüglich Langzeitkomplikationen und möglichen Risiken zu treffen. Üblicherweise werden in der Medizin Medikamentendosierungen an Kinder angepasst, Denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Diese Anpassung gibt es beim mRNA-Impfstoff nicht. Kinder erhalten die gleiche Dosis wie Erwachsene. Liebe Eltern, liebe Großeltern, bitte besorgen Sie sich ausreichend Informationen und überlegen Sie in aller Ruhe, ob Sie Ihre gesunden Kinder, die nur ein geringes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken, ungeniert der Impfung zuführen. Wir müssen unsere Kinder schützen und wir Eltern müssen uns unserer Verantwortung bewusst sein. Wir können nicht zu einer alten Normalität auf Kosten unserer Kinder zurückkehren. Bitte lassen Sie sich nicht von dieser Panik- und Angstmache manipulieren. Unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung und unsere Kinder haben ein Recht auf ein soziales Leben, unabhängig von ihrem Impfstatus. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Grundrechte unserer Kinder von einer Impfung abhängig gemacht werden. Mein Name ist Christine Valentini. Ich bin Allgemeinmedizinerin, Gemeinde- und Schulärztin sowie Mutter und ich zeige mein Gesicht. Zulich ergriffen Ein Fach climbier Verteidiger Ein Fach ich dell19 Ein choir Ein Sey Einœil